Sieh dir hier mal an, wie viel dieser YouTube-Kanal verdient, ohne ein eigenes Video zu machen, nur mit YouTube-Shorts zwischen 124.000 und 2 Millionen Euro pro Monat. Wie das Ganze geht, das schauen wir uns in diesem Video an. Ja, hier bin ich jetzt auf dem angesprochenen YouTube-Kanal. Ich habe den durch Zufall entdeckt. Trendvideos heißt der, hat 374.000 Abonnenten und ich habe gesehen, okay, der hat keine eigenen Videos, der lädt hier einfach verschiedene Shorts hoch. Wahrscheinlich lädt er die auch auf TikTok hoch und auf Instagram, da man diese wiederverwenden kann. Diese Shorts kann man monetarisieren. Genauso wie YouTube-Videos kannst du YouTube-Shorts mit dem YouTube-Adsense-Partner-Programm monetarisieren. Hier siehst du bereits, das sagt Google dazu, zusätzlich zu dem Adsense-Partner-Programm gibt es einen YouTube-Shorts-Fund in einer Höhe von 100 Millionen Dollar zur Belohnung von Creatoren, die eben der YouTube-Community diese Shorts liefern. Was will YouTube damit machen? Ganz klar, TikTok den Rang ablaufen. Deswegen werden eben Leute, die solche Shorts hochladen, sehr stark belohnt. Wie können wir das Ganze für uns nutzen? Innerhalb von wenigen Minuten Recherche habe ich mehrere solcher Kanäle gefunden, die im Grunde verschiedene Videos hochladen. Beispielsweise gibt es ein Interview mit Kanye West. Die schneiden einzelne Parts raus, so wie du es von TikTok kennst und laden das als Shorts hoch. Wir schauen hier einfach mal, was bisher am besten funktioniert. Hat Kit Got Cancelled, Real Life Superheroes, Caught on Camera, Swimming in the Clearest Water. Also genau diese Arten von Videos kannst du dir hier ganz einfach raussuchen, kannst die hochladen und kannst damit Geld verdienen. So wie das eben Trend Videos macht, so wie du das hier siehst. Wie findest du jetzt solche Videos? Das schauen wir uns jetzt an. Im Grunde gehst du hier einfach vor und jetzt könnte ich hier einfach hergehen und kann sagen, beispielsweise Car Crash. Es geht mir jetzt einfach nur darum, Videos zu finden, die das Potenzial haben, viral zu gehen und sich eben für solche Shorts sehr gut eignen. Was mache ich hier? Erstmal, ich möchte das Ganze legal wiederverwenden können, ohne Probleme mit dem Copyright zu bekommen. Ich will die Creative Commons Lizenz aus. Wenn du der Bonuskiste folgst, dann weißt du, dass du mit dieser Lizenz hier die einzelnen Videos wiederverwenden kannst. Sortier das Ganze nach Anzahl der Aufrufe und seh hier schon die viralsten Videos, die ich wiederverwenden kann. Während ich das Ganze hier jetzt raussuche, lass mir gerne ein Like da und lass mir ein Abo da, damit ich weiß, dass dir solche Videos gefallen. Du kannst mir gerne auf Telegram folgen, bonuskiste.com slash Telegram. Da gebe ich immer wieder Tipps zu verschiedenen Geldverdienungsstrategien und zeige dir unter anderem auch, was bei mir aktuell am besten funktioniert. Wieder zurück zu den Videos. Ich suche mir hier jetzt einfach Videos raus. Ich schaue jetzt einfach, okay, wo haben wir irgendwelche spektakulären Car-Crashes, die ich beispielsweise zusammenschneiden könnte. Oder nehmen wir Rage-Videos. Die kommen auch immer ganz gut. Creative Comments. Und dann sage ich nochmal hier Anzahl der Aufrufe. Wo haben wir hier Funniest Twitch Rage? Das könnte man nehmen. Was haben wir hier noch? Hier beispielsweise von deutschen YouTubern, Revi oder Scorpion kannst du nehmen, kannst Compilations machen. Diese Videos sind mit der Creative Comments Lizenz hochgeladen. Das heißt, du kannst du verwenden, selber zusammenschneiden und kannst damit Geld verdienen. Ich suche hier nochmal nach Rage Compilation. Du siehst ja, manchmal muss man hier etwas suchen und sage einfach mal auch hier wieder Rage Compilations, Creative Comments und nach Anzahl der Aufrufe sortieren. Und könnte jetzt natürlich hier einfach diese oder hier, das eignet sich schon sehr gut. Der verwendet hier wahrscheinlich auch genau diese Strategie. Also wenn ich hier schon sehe, den Kanalnamen Top Ten Takedown, dann sehe ich hier schon, okay, der hat einfach lauter zusammengeschnittene Videos, die er selber wahrscheinlich runtergeladen hat von YouTube. YouTube Top Tens macht und damit anscheinend sehr gutes Geld verdient. Man sieht hier an den Aufrufen bereits, wie gut das Ganze funktioniert. So ein Video kann ich jetzt zum Beispiel nehmen. Was ich hier jetzt mache, ich klicke auf Teilen, ich kopiere mir den Videolink raus und ich downloade mir das Video. Dazu gebe ich einfach bei Google ein YouTube Download und kann hier eines dieser Service verwenden. YouTube Video Downloader, fügen Sie hier den Link ein. Klicke hier auf Anfang, schlecht übersetzt, aber egal und downloade mir das in der bestmöglichen Qualität. Also wie geht es weiter? Ich gehe hier jetzt auf Canva. Ich will das Video in einem Shorts Format haben. Also ich will ein Mobile Video kreieren. Nichts anderes macht eben dieser Trend Video Kanal und klicke hier auf Mobile Video. Hier gibt es verschiedene Templates bei Canva, wo du eben solche Mobile Videos optimiert für TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts erstellen kannst. Könnte ich jetzt nutzen, mache ich aber nicht. Wir wollen einfach ein Blank Mobile Video und laden hier unser Video hoch. So Videos hochgeladen, sieht jetzt hier noch nicht ganz so gut aus. Was ich jetzt hier mache, ich suche mir im Grunde einfach den besten Moment raus. Das kannst du natürlich dann bei deinem Video dir hier aussuchen. Wenn das eine Top 10 Compilation ist, nehme ich beispielsweise das erste. Ich nehme halt irgendwas, wo ich denke, dass die Bleibedauer auf diesem Short sehr hoch ist, weil das Ganze eben sehr catchy ist. Nehmt beispielsweise das hier jetzt. Das würde ich mir hier jetzt eben rausschneiden. Das geht eben bei Canva hier mit dieser Scherenfunktion. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas und habe hier dann eben schon einen Ausschnitt. Einfach nur, um dir das Ganze zu zeigen. Natürlich will ich hier Top 10 Takedown nicht drinnen haben. Und passe das Ganze jetzt so gut wie möglich einfach hier an, damit das auch reinpasst in den Handyscreen sozusagen. Und nehme hier einfach dann die besten Momente. Genau, beispielsweise könnte ich jetzt hier diesen Moment nehmen. Je nachdem, was du dann eben machen möchtest, kannst du hier dir dann einfach den Moment raussuchen und lässt den dann drinnen. Und da kannst du dir dann ganz einfach ein Beispiel nehmen an den anderen Kanälen, wie zum Beispiel Trendvideos. Schauen wir mal, wie der das Ganze gemacht hat. Schreibt der da was dazu bei den Shorts oder hat der einfach nur einfache Videos? Okay, hier Fake Pool. Okay, ganz simples Video. Hat 17 Millionen Aufrufe oder was ich gerade gesehen habe. Also du siehst hier bereits, wie einfach das Ganze funktionieren kann, wenn man das Ganze richtig angeht. Und du bist ja auch nicht begrenzt in der Menge der Shorts, die du hochladen kannst. Im Grunde kommt es dann nur auch auf dich darauf an, auch wenn du da 10 Shorts hochgeladen hast und du bekommst keine Views drauf. Ja, es ist nicht viel Aufwand, auch mal mehrere, auch 20, 30 Shorts am Tag hochzuladen. Und du siehst ja bereits, mit welchen Arten von Videos man hier Geld verdienen kann. Hier beispielsweise Swimming in the clearest water, all diese Sachen oder Real Life Superheroes caught on camera. Genau solche Compilations, solche Zusammenstellungen kannst du ganz einfach machen. Du kannst auch mit TikTok erstellen und dann auf all deinen Accounts hochladen. Dann kannst du auch auf TikTok ein Following aufbauen. Es sieht mir so aus, als ob das hier nur ein Re-Upload von TikTok ist. Trendvideos, aber du siehst ja bereits bei Socialplate, was damit für Ergebnisse möglich sind. Natürlich, das kann hier auch nicht ganz akkurat sein. Ich weiß nicht, inwiefern Socialplate die Shorts auch rechnet. Aber, also wenn es nur ein Zehntel vom niedrigst geschätzten Betrag ist, sind es 12.000 Euro im Monat, die man durch das einfache, ja nicht mal zusammenschneiden, sondern einfach nur Klippen von verschiedenen YouTube-Videos, die eben so eine Creative Commons Lizenz haben, die man wiederverwenden darf, verdienen kann. Und täglich macht er hier, ist natürlich nicht immer ganz akkurat, aber teilweise mehrere Millionen Aufrufe, die natürlich, ja, jedes Mal Geld einspielen. Man sieht hier die Statistiken. Und das kannst du im Grunde ganz einfach selbst nachmachen. Wenn du das Video jetzt fertig hast, wie gesagt, ich habe hier jetzt einfach mal irgendeinen Ausschnitt genommen, dann, nachdem du das Ganze auch zugeschnitten hast, soll ja dann natürlich auch die Länge haben, die so ein Shorts-Video hat, dann kannst du hier einfach auf Share gehen, ich mache hier mal den Ton aus, klickst hier auf Download, sagst dir, okay, du möchtest das MP4-Video downloaden, das Ganze wird runtergeladen und im Grunde kannst du das dann schon auf YouTube hochladen und kannst damit anfangen, Geld zu verdienen. Das kann ein komplett neuer Kanal sein, da musst du, ja, kein Following haben, gar nichts. Ja, wenn du darüber nochmal mehr erfahren möchtest und auch weitere Methoden lernen möchtest, wie man online Geld verdient, dann abonnier den Bonuskiste-Kanal, lass mir ein Like unter dem Video da und zusätzlich kannst du meinem Telegram-Kanal joinen, hier ganz einfach bonuskiste.com slash Telegram, da gebe ich immer wieder Tipps und Strategien, wie du diese Strategien, wie zum Beispiel diese Short-Strategie genauer umsetzen kannst, ich schreibe hier einfach, ja, Sprachnachrichten rein und gebe dir nochmal genauere Infos dazu, abonnier den Telegram-Kanal, abonnier die Bonuskiste, es werden hier in Zukunft zweimal in der Woche Strategie-Videos kommen, wo ich dir im Grunde kostenlos zeige, wie du online Geld verdienen kannst und für mehr Infos einfach Telegram folgen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, ciao!